Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man Rasen richtig vertikulieren kann. Ihr könnt hier schon mal einen Vertikulierer sehen. Das ist kein Rasen mehr. Hier ist ein kleiner Unterschied. Ich habe kein Messer, das den Rasen jetzt abschneidet, sondern Klingen, die in den Rasen reingehen und Moos und Rasenfilz oder auch Unkraut aus dem Rasen rausziehen und somit dafür sorgen, dass die Wurzeln vom Rasen besser Sauerstoff kriegen, somit auch besser mit Nährstoff versorgt werden. Der Rasen wird natürlich dichter und dann auch robuster und sieht somit einfach auch schöner aus. Ihr könntet das sehen. Ich habe am Anfang des Videos hier mal die Hake durch meinen Rasen durchgezogen. Hier ist also alter Rasenabschnitt drin, aber auch jede Menge andere Kweke, Moos, Rasenfilz etc. Und das sollte man halt aus dem genannten Grund, dass der Rasen besser atmen kann oder die Wurzeln mehr Sauerstoff bekommen. Ich entferne mindestens einmal im Jahr, besser vielleicht sogar zweimal im Jahr. Der beste Zeitpunkt dazu ist immer das Frühjahr oder der Spätsommer. Ich mache das meistens so im April. Da hat man auch schon gutes Wetter. Der Boden ist in der Regel nicht mehr gefroren, was halt nicht sein sollte. Es ist aber auch noch nass genug, wenn jetzt zum Beispiel so viel Unkraut aus dem Rasen rausgeholt wird, dass ich nachsehen muss. Und dann regnet es in der Regel im April noch genug, dass ich jetzt nicht noch irgendwo den Rasen künstlich bewässern muss. Ja, hier ist mein Rasenvertikutierer. Und bevor wir jetzt mit dem Vertikutieren anfangen, müssen wir einige Vorbereitungen treffen. Die erste ist natürlich, man sollte den Rasen abmähen. Im Idealfall zwischen 2 und 4 cm länger sollte der Rasen nicht sein. Ich mache es immer so, dass ich beim zweiten Mähen im Jahr, also im Frühling, dann anfange zu vertikutieren. Beim ersten Mal mähe ich halt den Rasen einfach nur ab, warte, bis er wieder nachgewachsen ist, mähe ihn dann nochmal auf die genannten 2 bis 4 cm ab. Und dann werde ich anfangen mit dem Vertikutieren. Den Vertikutierer müsst ihr richtig einstellen. Die ideale Arbeitshöhe, hier wie in meinem Fall, sind 3 mm. Das reicht vollkommen aus, um ins Erdreich einzusinken. Wenn ihr tiefer geht, werdet ihr zu viel Rasen mit rausreißen. Und Rasenfilz und Moos ist mehr oberflächlich. Und da reichen die 3 mm aus. Dann bleibt nachher, wenn ihr Glück habt, wenn ihr nicht zu kriegigen Rasen habt, auch noch etwas Rasen über. Ja, das sind soweit die Vorbereitungen. Jetzt werden wir das Gerät gleich mal in Betrieb nehmen. Wir mähen einmal längs und einmal auch quer den Rasen, beziehungsweise mähen nicht, wir vertikutieren ihn. Wichtig ist, wenn wir vertikutieren, dass wir das zügig und einmal gleichbleibend im Tempo machen. Man sollte nicht stehen bleiben. Und wenn ihr das Gerät umsetzt, ist es empfehlenswert, das Gerät dabei auszumachen, hier über den Griff, dass also die Messer nicht im Rasen stehen, weil sonst wird einfach viel zu viel Rasen rausgenommen. Das werdet ihr jetzt aber auch gleich im Video noch sehen, was ich meine, wie ich den Rasen vertikutiere. Und ich würde sagen, ich habe jetzt auch genug gequatscht und wir gucken uns das einfach mal alles an. Das ja nicht. Okay. Okay. Angst's. Ich confused mich. Okay. Die Flügel wird in der Flügel geöffnet. Ihr habt hier gesehen, wie ich meinen Rasen hier mit dem Vertikutierer vertikutiert habe. Ich bin einmal quer und längs gefahren. Achtet darauf, was ich euch am Anfang gesagt hatte, dass das Gerät niemals stehen soll und die Messer laufen sollen, weil dann graben sie sich in den Boden ein und ziehen einfach zu viel guten Rasen raus. So entstehen kahle Stellen, die ihr nachher unnötig nachsehen müsst. Ich habe jetzt meinen Rasen schon mal so ein bisschen gutachtet. Es ist ordentlich was rausgekommen. Das konnte man, glaube ich, auch schon mal beim ersten Mal sehen, als ich das mit der Hake normal weggehakt habe. Ich habe mir jetzt hier nochmal so einen richtigen Rechen für den Rasen geholt, womit man den Rasen auch gleich noch ein bisschen belüften kann. Die Fläche hier ist auch größer von dem Gerät, somit ist es nicht ganz so mühsam, jetzt hier den ganzen Rasen, Filz und Moos aufzukehren. Idealerweise wäre jetzt natürlich noch ein Fangkorb gewesen. Das wäre etwas komfortabler. Würde ich euch immer empfehlen, habe ich leider nicht. Deshalb muss ich jetzt etwas mehr Handarbeit hier leisten. Ist aber auch nicht weiterhin schlimm. Ja, ich werde das jetzt aufkehren. Danach werde ich den Rasen erstmal ein bisschen in Ruhe lassen. Ich werde dafür sorgen, dass er ausreichend bewässert ist. Und dann kann man den Rasen auch nach gut zwei Wochen, wenn er sich so ein bisschen erholt hat, wieder düngen. Und dann wird er auch wirklich gut anwachsen. Und wenn ihr das regelmäßig macht, habt ihr auch einen gesunden Rasen. Ja, und damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende des Videos. Ihr habt das, wie gesagt, gerade alles gesehen. Ich habe jetzt einmal nochmal mit der Hand das ganze Moosfilz aufgekehrt mit dem Rasenrechen. Wenn ihr einen Fangkorb habt, habt ihr, wie gesagt, etwas weniger Arbeit damit. Ich mache es jetzt erstmal so, dass ich den Rasen zwei Wochen lang in Ruhe lasse, auch möglichst nicht abnähe in der Zeit. Ich achte natürlich darauf, dass er ausreichend bewässert wird. Falls es zu trocken sein sollte, stelle ich einen Rasensprenger hin. Ich denke mal, wird jetzt aber nicht der Fall sein. Das muss man halt beobachten. Da solltet ihr also die nächsten zwei Wochen extrem darauf achten. Und danach werde ich nochmal ein bisschen Düngemittel draufschmeißen, dass der Rasen einfach wirklich satt im Brühen dann auch wird. Und ja, so auch gestärkt in den Sommer reingehen kann. Eventuell werde ich das Ganze im Herbst oder Spätsommer, besser gesagt, nochmal wiederholen. Und gegebenenfalls kahle Stellen dann auch nachsehen. Aktuell geht es. Viele kahle Stellen habe ich nicht. Hier konnte ich es gerade sehen. Ich bin mit der Kamera auch etwas näher über die Rasenfläche gefahren. Im Schatten konnte man es besser erkennen, jetzt als in der Sonne. Das ist einfach jetzt den Lichtverhältnissen so ein bisschen geschuldet. Aber im Prinzip hat das so erstmal ganz gut geklappt. Es ist ordentlich was zusammengekommen an Filz und Rasenmoos. Jetzt kann sich der Rasen erholen. Die Wurzungen haben einfach mehr Möglichkeiten, Sauerstoff zu bekommen und somit auch mehr Nährstoffe aufzunehmen. Und dann wird der Rasen dadurch auch einfach robuster. Ja, das soll es wie gesagt gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wer möchte, kann auch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.